Musik Es geht um den Stil, es geht um die Wörter. Unseres Staates und unseres Landes. Und deswegen ist Berlin die Visitenkarte unseres Staates und unseres Landes. Und deswegen müssen wir ungeachtet anderer Schwierigkeiten, auch jetzt, in dieser Zeit des Umbruchs, das Notwendige für Berlin tun. Musik Da könnte man mit der Ebene eben auch wieder rüber zum Arbiter werden. Da haben wir ja die Bundesrepublik. Musik Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Musik In alle Ewigkeit. Amen. 50 Jahren, wie er jetzt hier in Berlin stattfindet. Ich wünsche allen, die in der vor uns liegenden Zeit, in Jahrzehnten, vielleicht weit über die Spanne eines Jahrhunderts hinaus, in diesem Hause arbeiten. Und Politik gestalten für unser Land. Glück und Segen. Musik glow gel 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 Vielen Dank.